so hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und heute wieder mal mit destiny 2 und heute spielen wir mal den strike hier acadian valley das ist einst für ein bis drei spieler und legendary gear gibt sogar ja und schauen wir mal lassen uns überraschen was auf uns zukommt würde ich sagen ja launching hat er geht schon um antrieb nun sind wir da sind jetzt wie meine mitspieler die mit den gelben die sind ein bisschen stärker als die normalen der hat nämlich noch so ein schild oder irgendwie macht er noch mehr damage oder jetzt hat er noch ein schild verloren das geht ja so nicht Hey, was seid ihr denn? Ich bin da vorne. Das wollte ich jetzt nicht, aber... Keine Sache, ich bin einfach auf dem Schiff. Tschüss. Was ist jetzt los? Jetzt hier los? Ach so. Okay, du machst das schon mit deinem Ding da. Was machst du mal mit deinem Ding da? Ey, wieso hat der nicht Schuss nehmen? Was ist das hier? Was ist das hier? Einspringen oder was? Tolle Sache. Cool. Das Level des Designs ist natürlich geil. Kannst du sagen, was du willst. Alter, voll gleichzeitig. Ah, hier ist auch einer. Dead in here. Der hat jetzt hier eine Lampe schlägt. Was ist denn voll die Springtunnel? Oh, das hat sich nicht gesund angehört. Das ist voll die Springtunnel. Das ist voll die Springtunnel. Das ist voll die Springtunnel. Ja, und jetzt? Gameing. O, das geht so. Nein, die können nichts. Die können nichts. Die können einfach nichts. Die können einfach nichts. Egal was sie machen. Die können nichts. Ah! Wo denn? Alter! Was denn? Achso, ich hab keine Funktion mehr. Fireblade! So, ja, so. Guckt euch das an. Hier haben wir alle Blatt. Alter! Wo ist er? Ups! Sorry! So, und jetzt hier. Ah! Oh, Alter! Das ist scheiße! Pass auf! Spring weg! Nein! Jetzt müssen wir es noch mal von da vorne machen. Scheiße! Oh, Alter! Wie dämlich ich bin! Eben ist alles gut gegangen. Hier runter! Ach! Was ist mit ihr? Oh, warum setzt ihr denn jetzt ihre Ulti ein? Das war nicht so schlau. Wo ist er denn? Oh, was ist der denn? Ah! Oh, was ist der denn? Oh! Das hat sich ja noch unsichtbar gemacht. Ja. Äh, was? Alter. Scheiße, mein Jetpack. Alle tot. Was ist der Name? Was macht der jetzt? Tadaaa kelala. Also, jetzt können wir uns selberüss sprechen … Oh. Super, ey! Dieser Fick, ey! Nicht mehr richtig aufgesagt. Boah, hier ist nicht nur eine richtige Deckungsmöglichkeit. Das reicht! Kleiner Penner, du. So, wo bist du jetzt? Hä, wo ist denn? Aaaaaah! Was? $49! Wifi! 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 Abwech! Aaaaaaah! Aaaah! Sorry, ich kann nicht so viel reden, weil das ist echt mies hier, man. Guck dir doch mal an hier, guck dir doch mal an, so ein riesen Vieh und 15 Millionen andere. Ja, haha, was, kleiner, das wirst du gleich mal durchmachen, in der letzten Enden kann ich nicht mehr durch den Kämmer schreiten. Oh nein, jetzt sind wir auch hier oben. Wenn er diese Fähigkeiten macht, dann muss man hoch fliegen. So, und jetzt nach vorne, scheiße, nicht da, wo es brennt. Ist da noch welche? Wieso schießen die auf mich? Ah, genau, in your face. Jawoll! Jetzt haben wir's geschafft, siehste. Die ist leer. Was hab ich jetzt gekriegt, ein Gürtel und eine Waffe. Ich zeige euch nicht mal das Geld. Ja, gut, das war's dann erstmal von der Strike Mission, die ein bisschen länger gedauert hat, als ich gedacht habe. Aber, ja, war sehr interessant, sehr schön designt. Und mal abwarten, wie das im fertigen Spiel dann alles so aussieht. Schreibt doch in den Kommentaren, was ihr davon haltet und wie ihr das so seht. Was ihr zu Destiny 2 meint, wie ihr die Beta findet oder sonst was. Würde mich sehr freuen über einen Kommentar, Like oder Abo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Freunde. Tschüss!